Ja, also wir sind hier bei unserem ersten Friedensspielplatz, der schon zum Teil hier aufgebaut ist, aber da unten geht es noch weiter. Da kommt jetzt in den nächsten Tagen auch eine große Figur, wo die Kinder dann drauf klettern und runterrutschen können und durchlaufen können. Also direkt hinter der Straße ist ein arabisches Dorf und hier sind wir in Jerusalem, die kommen hier, die Araber spielen mit den jüdischen Kindern, das ist unsere Hoffnung, das wollen wir machen. Und ja, der Zement muss noch ein bisschen trocknen, dann kommt das andere, die große Statue, das schöne Tier hier hin zum Wutschen. Ich denke, ein, zwei Tage ist das da. Und nebenan haben wir direkt eine Synagoge und dann wollen wir hoffen natürlich, dass hier arabische und jüdische Kinder lernen, miteinander in Frieden zu spielen und dann auch, dass es uns kleine Hoffnung gibt für Frieden.